Ihr kennt das schon. Macht euch Gedanken über gute Ernährung. Was sage ich nicht? Müsst ihr euch halt Gedanken über machen? Ich weiß, dass das eine ewig lange Entwicklung ist. Also ich kann nicht von heute auf morgen zum Vegetarier werden, besonders nicht, wenn ich das gar nicht will. Ich muss das eben selber entscheiden und auch für richtig empfinden und so weiter. Und selbst wenn ich das kognitiv und vom Arzt vielleicht empfohlen kriege, dann ist auch der Weg lang. Ich muss ja lernen, irgendwie geschmackvoll ohne Fleisch zu kochen und so. Wie ich esse. Also ich esse jetzt eigentlich nur einen halben Tag, also von Mittag bis um 17 Uhr. Das ist meine Mahlzeit. Das müsst ihr alles nicht. Also macht euch selber Gedanken drüber. Man kann auch Ayurveda sich mal angucken, wie die das empfehlen. Und aus dem Qigong Richtung Taoismus, chinesische traditionelle Medizin gibt es eben auch diese fünf und so weiter. Macht euch selber lesen. Ist auch interessant dann. Es erfordert eben leider ein bisschen Zeit oder zum Glück. Und Schlafen. Gute Schlafhygiene. Da gibt es leider wirklich nicht so viele Informationen, aber das sind die beiden Themen sind wichtig. Also völlig unabhängig von diesem hier. Weil das ist essenziell fürs Leben. Da hängt viel, viel mehr zusammen. Und das ist aber nun wirklich relativ frisch. Also wie gesagt, seit zwei Jahren eigentlich erst meine Erkenntnis, dass Meditation ist essenziell. Es gibt ein paar Länder, in denen Kinder das schon beigebracht wird. Also als Schulunterricht bereits. Aber ich halte das für so wichtig, den Geist und den Körper zur Ruhe kommen zu lassen. Und noch das, was da dran hängt. Weil es eigentlich unser aller Zusammenleben dann auch prägt. Also du mit dir, du mit allen. Wie gesagt, sieben Tage kostenlose Kurse, diese Apps, Meditations-Apps ausprobieren. Und das sind essenziell für Zenki-Gon. Wie gesagt, ich setze das voraus. Euch entgeht der zentrale Inhalt, wenn ihr das nicht macht. Weil es geht hier eben nicht um Frontalbespaßung. Oder ich sage an und ihr macht und dann ist die halbe Stunde rum und ihr fühlt euch hoffentlich trotzdem gut. Auch ohne guten Schlaf, ohne gute Ernährung, ohne die Meditation. Aber es geht wirklich grundsätzlich, das ist mein Ansatz und darum geht es, dass man einen Übungsweg entwickelt, der einem den ganzen Tag hilft. Und die Nacht auch. Also der Weg ist das Ziel. Platt. Aber ist so. Da heute ging, ich glaube, erster Abschnitt. Genug für heute. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Sonnabend um 14 Uhr auf der Wiese. Ich habe noch keine Rückmeldung für die Mittwochsgeschichten in Gropiostadt. Propagieren wir noch nicht, solange das nicht freigeschaltet würde. Das sind dann die Realtermine. Der Livestream. Sonnabend geht das ganze Jahr immer weiter. Immer um 13 Uhr Sonnabend in Deutsch. Und mittwochs in langsam besser werdendem Englisch. Langsam. Aber es wird besser. Und ich muss mir wahrscheinlich so ein kleines Vögelchen auf die Kamera setzen, dass ich immer da zu euch gucke. Und nicht nach unten, wo jetzt der Monitor ist. Habt ein schönes Wochenende. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sogar mal real. Ich bedanke mich bei allen, die mitmachen. Der größte Dank, den ich kriege, ist, wenn ich merke, dass es den Leuten besser geht. Die eigene Lächeln entwickeln. Ihr könnt mich unterstützen. Das wäre toll. Indem ihr mir auf Twitch folgt, auf YouTube folgt. Aber in erster Linie selber mitmacht. Und ganz toll ist natürlich, wenn ihr Patronin werdet. Das hilft mir. Danke. Für auch was auch immer ihr macht. Macht es gut. Schon wieder unter Leistungsdruck gestellt. Ciao. Okay.